Äh... Wenn eine Pflanze trockener ist als der Humor von Duggie LP... ... ist sie tot. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Duggie LP. Hi Leute. Na, alles gut? Also bei mir auf jeden Fall. Allerdings haben wir sehr viele wichtige Aufgaben vor uns und die Frage ist, ob es mir danach immer noch gut geht. Weil, naja, vielleicht habt ihr ja in den letzten Folgen mitbekommen, dass wir aktuell der ominösen Madam Sheep hinterher sind. Und, naja, wir haben jetzt durch Rita Kim Korn einen Weg gefunden, um ihr auf die Schliche zu kommen. Allerdings hat Rita Kim Korn in der letzten Folge gesagt, dass sie uns nur Informationen geben wird, wenn wir bei Madam Umbridge ins Büro einbrechen. Im Zaubereiministerium. Dass das eventuell nicht unbedingt glatt laufen könnte, können wir uns, glaube ich, an zwei Fingern ausrechnen. Ja, können wir. Und, äh, ja, das ist allerdings jetzt die Zukunftsperspektive, die wahrscheinlich auch in diesem aktuellen neuen Kapitel mit uns thematisiert wird. Wir sind aktuell in Kapitel 14 von Jahr 7. Und ich würde sagen, weil ich hier schon soweit die Lektion natürlich im Off vorbereitet, beziehungsweise abgeschlossen habe, beginnen wir jetzt erstmal mit Katastrophenbehebung. Und natürlich danach geht's direkt weiter. Genau, mit der Hauptstory, Leute. Let's go. Let's go, meine ich. Hallo, hier bin ich wieder. Ich hab alle Aufgaben, äh, abgeschlossen, Mad-Eye. Bist du stolz auf mich? Ja, wahrscheinlich nicht, weil ich krieg nie Belohnungen dafür. Gute Arbeit, Daniel. Du hast deinen ersten Unfall im Ministerium überstanden. Bei der Suche nach den Verwunschenen verließen und... Äh, habe ich schon ein Schlimmeres überlebt. Sei fair zu dir selbst. Dank dir haben wir den Zauberer gefunden, der die Explosion verursacht hat. Wirklich? Hat er dir verraten, was wirklich passiert ist? Angeblich hat er vor kurzem einen Rumpentorn gekauft und hat es fallen gelassen, als er niesen musste. Ja, Kinder, und deswegen solltet ihr keine Rumpentörner kaufen, geschweige denn, fallen lassen. Macht das einfach nicht. Wir haben den Muggelbehörden gesagt, dass die Explosion durch einen Unfall bei einem Feuerwerk entstanden ist. Das ist nicht allzu fern von der Wahrheit. Gut gemacht. Es gibt nicht viele Hexen und Zauberer, die in einer Krise einen kühlen Kopf bewahren. Ja, ich bin halt die Mary Sue von Hogwarts und von der ganzen Wizarding World. Also, was erwartest du, Mad-Eye? Bei der nächsten Katastrophe könnte das Ministerium jemanden wie dich gebrauchen. Ich hoffe nicht, weil ich will endlich wahre Abenteuer erleben. Ich will... Errrr! Hinterherjagen und Madam Cheap umbringen. Oder zumindest gefangen nehmen und foltern. Was denn? Einsammeln. Äh, äh, so. Ja, wie gesagt, wir kriegen wieder gar keine Belohnungen. Ist aber nicht schlimm, Mad-Eye. Ich hab's mittlerweile kapiert, dass du mich nicht magst. Und ja, äh, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ab zur Hauptstory. Denn ich bin schon mega gespannt, wie dieses neue Kapitel hier an den Start geht. Auch wenn die erste Aufgabe darin besteht, ähm... Ich glaub, mit Ben zu sprechen... Pfff! Äh, äh, das tat jetzt weh, ey. Leute, Leute. Hallöchen, Freunde der gepflegten Unterhaltung! Und hallo, Ben. Äh, was wollt ihr von mir? Wie lange noch bis zum Feierabend? Ich weiß es nicht, aber wir können gleich ein Feierabendsbier saufen. Das wird super. Natürlich ohne Alkohol, weil Alkohol ist giftig, Leute. Liebe Kinder da draußen, trinkt keinen Alkohol. Und wenn, dann nur den klaren. Nein, Spaß. Okay, äh, ich habe gehört, dass sie hervorragende Arbeit leisten. Weiter so. Das haben sie ja früh mitbekommen, Twicross. Ich meine, meine Heldentaten sind allgemein bekannt. In der ganzen Zauberwelt. Aber ist okay, ist okay. Ich erzähle ihnen. Hallo, Ben. Wie geht's dir? Hoffentlich schlecht. Schön, dich zu sehen, Daniel. Nicht schön, dich zu sehen, Ben. Ist deine Unterhaltung mit Rita Kimcon gut gelaufen? Wissen wir, wo sich Madame Cheap aufhält? Sie möchte, dass ich noch eine Sache erledige, bevor sie mir verrät, wo Madame Cheap ist. Das Exklusivinterview hat ihr nicht gereicht? Du meine Güte. Scheinbar wird es einige ihrer Leser zufriedenstellen. Aber sie sind alle auf der Suche nach der nächsten großen Story. Ja, so ungefähr würde ich das formulieren. Wie sollen wir unseren Auftrag für das Ministerium abschließen und Madame Cheaps Opfern helfen, wenn wir nicht wissen, wo sie ist? Nun, sie meinte, dass sie mir Madame Cheaps Aufenthaltsort verrät, wenn ich... Wenn ich... Och, come on, Leute. Wir sind so tot. Ja? Wenn ich in Madame Umbridges Büro einbreche und einige Informationen stehle. Okay. Dann werden wir in Madame Umbridges Büro einbrechen. Äh, da scheint dir überhaupt nichts auszumachen, du Vogel. Ich mache mir keine Sorgen. Und du? Äh, natürlich mache ich mir Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ähm, ja gut. Also, einerseits mache ich mir schon Sorgen. Es ist Umbridge, Leute. Ihr macht uns... Also, wir machen uns alle Sorgen, oder? So ein bisschen. Oder ist euch etwa das Leben von Daniel Granger egal? Seht ihr, genau. Ähm, aber... Aber es ist halt Ben, mit dem ich hier rede. Und, naja, ich kann ja nicht neben dem wie ein Waschlappen rüberkommen. Deswegen sage ich, ich mache mir keine Sorgen. Aber das ist eine Lüge. Das sage ich aber nur euch da draußen. Ben sage ich das nicht, weil der ist mir egal. Aber euch sage ich, das ist nur eine Lüge. Aber neben Ben will halt keiner wie ein Waschlappen dastehen, ne? Ist ja klar. Ich mache mir keine Sorgen, Ben. Ich hatte nur erwartet, dich überzeugen zu müssen, weil du ein Lulatsch bist und ein Lappen und blöd. Mich wovon zu überzeugen? Im Moment kommt es nur darauf an, Madam Sheep davon abzuhalten, noch mehr Leuten zu schaden. Außerdem ist es nicht wirklich ein Einbruch, wenn sie dich einlädt. Ähm. Sie ist schon sehr interessiert daran zu sein, mit mir zu sprechen. Hervorragend. Dann brauchen wir nur noch einen Weg, um sie abzulenken, damit du ihr Büro durchsuchen kannst. Okay. Lass uns über Ablenkungen reden. Aber nicht acht Stunden lang. Ich warne dich, Ben. Glück gehabt, Ben. Ja, Leute. Also, was die Aufgabe bei Madam Umbridge anbelangt. Wir hatten bis jetzt ja, ich glaube, zwei Begegnungen mit der guten Dame. Eine Begegnung war so eher, ja, oberflächlicher Natur. Da haben wir uns ja so ein bisschen vor... Ne, drei sogar. Ähm. Also, die erste war, wo wir uns so ein bisschen vorgestellt haben. Die zweite war, wo ich, glaube ich, irgendwie eine Aufgabe von ihr bekommen habe. Und die dritte war dann ja in Hogsmeade am Bahnhof, wo sie ja von diesem, äh, von der Wampuskatze angegriffen wurde. Und ich... Ja, meine mich zu erinnern, bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher. Ihr könnt es aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das noch im Kopf habt. Aber wollte sie mir nicht zuletzt, als ich in ihrem Büro war, ähm, Veritaserum andrehen? Weil sie hat immer wieder auf diese Teekanne ange... Also, diese Teekanne angesprochen. Und irgendwie hat man ihr angemerkt, dass sie unbedingt mir Fragen stellen will und mit mir dabei einen Tee trinken will. Und, naja, ich denke mal, wir alle haben Harry Potter gesehen oder gelesen oder beides. Und wir wissen daher, dass Madame Umbridge durchaus ein... Joa, ein, 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 eine gewisse Leidenschaft für das Wahrheitsserum, Veritaserum, äh, hat. Und, ja, ist halt die Frage, was möchte sie von mir wissen? Also, klar, ich hab viele Dinge zu erzählen und wahrscheinlich auch die eine oder andere Information. Aber erstens, warum will sie das dann wissen? Und zweitens, für welche Seite will sie das wissen? Weil Umbridge kann man jetzt nicht unbedingt als netten, lieben Charakter identifizieren, oder? Also, klar, sie war im Ministerium angestellt, aber auch als Voldemort das Ministerium übernommen hat, war Madame Umbridge ja immer noch... Ja, sie war nicht direkt Todesser, aber sie hat sie auch nicht dagegen gestellt. Sie ist irgendwie so, sie steht wirklich so irgendwie komplett auf der Linie. Ich weiß es auch nicht. Ich bin echt gespannt, ob sie zu R gehört, bezweifle ich aber schon, weil, naja, sie kommt ja noch in der weiteren kanonischen Story von Harry Potter vor und ich würde es für relativ seltsam halten, wenn sie dann da involviert wäre. Aber, mal schauen, vielleicht hat sie noch eine tiefere Bedeutung für die Story. So, nochmal ein paar Münzen und einsammeln. Das sind interessante Ideen, aber vielleicht nicht ganz das Richtige. Vielleicht bringen uns einige deiner vergangenen Streicher auf eine Idee. Ich glaube nicht, dass sich Madame Umbridge über einen Streich freut. Darum wäre es die perfekte Ablenkung. Und was mich angeht, nun, sie wollte mich schon seit einiger Zeit zum... Sie wollte mich schon seit einiger Zeit zum Tee einladen, ganz genau. Auf diese Weise kommst du in ihr Büro, aber es wird dir schwer fallen, ihr so einen Streich zu spielen. Sie wird dich genau im Blick behalten. Du brauchst eine unauffälligere Tarnung. Stimmt, ausnahmsweise, Ben. Normalerweise liegst du immer falsch, aber diesmal... Stimmt. Dabei fällt mir ein, ich habe gehört, dass die Zauberei Zentralverwaltung manchmal Büros überprüft. Und da wir die verschiedenen Abteilungen kennenlernen sollen... Du könntest so tun, als solltest du ihr Büro überprüfen. Fantastische Idee. Die kam bestimmt von mir. Nicht ganz narrensicher, aber es ist immerhin ein Anfang. Jetzt brauchst du nur noch einen Streich, um sie aus ihrem Büro herauszulocken. Es ist eine Sache, die Regeln in Hogwarts zu brechen, aber das hier... Etwas völlig anderes. Ich brauche die Hilfe eines Meisters im Streich. Boah, Leute, ich habe mich heute schon erschossen. Soll ich mich zweimal erschießen? Das ist nämlich ziemlich unlogisch eigentlich. Ja, so in etwa. Tongs arbeitet immer noch in der Aurorenzentrale. Dann ist es gut, dass ich nicht an Tongs gedacht habe. Ich kenne jemanden, der sich nicht nur auf Streiche versteht, sondern auch das Zaubereiministerium gut kennt. Ich brauche Tulip Karasu. Auch für andere Dinge. Äh, genau. Ja, äh, das heißt ja wohl, dass wir jetzt wieder zurück nach Hogwarts können. Hogwarts und nach Zonko. Ach, come on. Naja, immerhin haben wir kein... Ne, warte mal, Tongs hat Hausherbot. Ich hatte nie Hausherbot dort. Ja, dann ist eh alles gut. Ähm, Zonko besuchen. Ich muss endlich nicht mehr nachsitzen. Lass uns sofort zu Zonko gehen. Ja, könnten wir. Ich muss nur mal... Ach, die Folge geht noch gar nicht so lange. Ja, dann... Ähm, könnten wir diese Aufgabe eigentlich nur mit reinschieben. Dann haben wir zwei Aufgaben heute von der Hauptstory. Habt ihr Bock darauf, Leute? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ja, sehr schön. Dann machen wir das. Let's go. Voll der Struggle gerade. Vielleicht habt ihr auch alle Nein gesagt und jetzt alle abgeschaltet. Naja, egal. Dann kann ich jetzt sagen, was ich will, weil guckt eh keiner mehr zu. Lalalalalalalalalalalalalala. Äh... Ja, da sind Fred und George Weasley. Fred und ich könnten uns bestimmt jede Menge toller Streicher ausdenken. Ja, das glaub ich auch. Äh, erzählt Percy nicht, dass wir hier sind, sonst macht er einen riesen Theater. Ja, erzählt am besten einfach auch nicht, dass ich hier war, weil sonst krieg ich Theater von Umbridge zu hören. Sehen meine Harre wirklich in der Webcam so wild aus? Ich hab die eigentlich vorher gerichtet. Wartet mal, Leute. Ich mach mir jetzt einen geilen Mittelschalte. Oder ich leg sie mir so zurück. Ich glaub, vorher sah's besser. Egal. Äh, hallo, Bild und Bilmes. Wie geht's Ihnen? Willkommen in Zonkos Scherzartikelladen. Seid ihr überrascht, mich... Äh, seid ihr überrascht, mich hier zu sehen? Äh, nein. Hallo, Tulip. Daniel, du hast dich endlich aus dem todlangweiligen Clown des Ministeriums befreit. Hi, Tulip. Schön, dich zu sehen. Und ich würde das Zaubereiministerium nicht todlangweilig nennen. Nur sterbenslangweilig. Äh, ich habe einige interessante Abenteuer erlebt. Aber ging es dabei auch um Streiche? Eben. Nein. Ähm, das ist die eigentliche Frage. Bei diesem nächsten Abenteuer? Ja. Darum wollte ich mich hier mit dir treffen. Ich muss jemanden im Ministerium ablenken, um das Büro der Person zu durchsuchen. Das klingt spannend. Wen möchtest du ablenken? Madam Umbridge. Sie ist die Leiterin des Büros gegen den Missbrauch der Magie. Madam Umbridge? Sieht aus wie eine Kröte in einem rosaroten Kleid? Diese, Madam Umbridge? Das wird noch viel interessanter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Das klingt, als würdest du sie kennen. Ich bin ihr einige Male begegnet. Meine Eltern haben mich zu Besprechungen mitgenommen, als ich jünger war. Meine Güte. Manchmal vergesse ich, dass deine Eltern in der Abteilung für magische Strafverfolgung arbeiten. Das geht vielen Leuten so. Aber was noch wichtiger ist, welchen Eindruck hast du von Madam Umbridge? Sie ist furchtbar. Sie ist nicht so schlimm. Ja, jetzt können wir wieder ehrlich sein, Leute. Sie ist furchtbar. Sie ist furchtbar. Aber das wusstest du bestimmt schon. Irgendwas an ihr ist total schräg. Ich weiß nicht so recht, was es ist. Ich glaube, es ist ihr aufgesetztes Lächeln. Davon bekomme ich Gänsehaut. Jetzt weiß ich, was du von ihr hältst. Und wir können ihr einen Streich spielen. Ich werde dir helfen, den perfekten Streich für Madam Umbridge zu finden. Ja, nice, Leute. Das lübt doch. Dann hoffen wir... Ja, keine Acht-Stunden-Aufgaben. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, aber freue mich auch. Yay. Okidoki, Leute. Was wäre denn der perfekte Streich für Madam Umbridge? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, was ihr da so speziell nehmen würdet. Ohne euch spoilern zu lassen. Ich meine, die Auswahl ist ja relativ weitläufig. Wir haben fangzähnige Frisbees, wir haben Stinkbomben, wir haben nasenbeißende Tassen, Nasblut-Nougat. Was gibt es noch? Zischende Whispies. Ja, wobei, das sind ja keine richtigen Scherzartikel. Ähm... Was gibt es noch? Also, es gibt auf jeden Fall noch viel, viel mehr Leute. Aber ich habe ein kleines Gehirn und es kann sich immer nur drei Dinge merken. Wobei ich vorhin vier Sachen genannt habe. Also bin ich quasi schon auf Höchstleistungen hier gerade. Ähm... Ich denke, das Beste für Madam Umbridge wäre doch eine nasenbeißende Tasse, oder? Weil wenn sie immer wieder Tee trinkt, dann braucht sie ja auch Tassen. Und wenn sie dann ihren Tee trinkt und die Tasse beißt ihr in die Nase, das wäre ja lustig, oder? Ja, ich kenne das gut. Also, ich wäre für eine nasenbeißende Tasse. Bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, was ihr nehmen würdet. Ähm... Wobei Nasblut-Nougat... Also, würde auf jeden Fall ganz nett aussehen, aber ist auch ein bisschen sadistisch, Leute. Weil war es nicht sogar in den Büchern der Fall, dass mal jemand irgendwie Nasblut-Nougat gegessen hat und dann richtig krass Nasenbluten hatte und das... Weil irgendwann wird es ja auch gefährlich mit dem Nasenbluten, oder? Weil ich meine, so ein Mensch hat ja nicht unendlich Blut... Biologie mit Dagi, wo man nichts lernt, weil ich keine Ahnung habe. Aber vielleicht ihr? Dann schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich, wie es ist. Und hat der Körper eigentlich... Ich glaube, der Körper hat sechs Liter Blut, oder? Ungefähr. Ja, das ist ein ganzer Putzeimer voll. Interessant, interessant. Ja. Ähm, äh, äh, ja. Wir machen jetzt mal hier weiter, so nicken nochmal. Dann nochmal so ein bisschen hier auf, äh, ist das Thread oder George? Ich habe keine Ahnung. Nochmal ein bisschen draufdrücken und... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe die Webcam nicht austariert, bevor ich die Folge angefangen habe. Warte, ich mache sie gerade. Ha! Daniel, du Vogel. Jetzt mussten die Leute die ganze Zeit ein schräges Bild betrachten. So. So ist... So ist... Okay, oder? Tut mir leid, Leute. I'm very sorry. Das ist italienisch und heißt, es tut mir wahnsinnig leid, glaube ich. Einsammeln. Ich glaube, die Situation verlangt nach einem echten Klassiker, Daniel. Eine Stinkbombe. Madame Umbridge ist so pingelig und sauber, dass sie bei dem Gestank sofort flüchten wird. Du hast recht, Tulip. Mit einer Stinkbombe können wir Madame Umbridge garantiert aus ihrem Büro locken, damit ich mich umsehen kann. Nachdem ich weiß, wie ich Madame Umbridge ablenken werde, muss ich nur noch meinen Streich durchziehen. Ich bin etwas neidisch, weil ich das Gesicht dieser widerlichen Hexe nicht sehen werde, wenn die Stinkbombe hochgeht. Ich werde dir später alles genau erzählen. Das hoffe ich sehr. Du willst doch schließlich nicht von einer Stinkbombe unter deinem Kissen aufwachen. Danke für deine Hilfe, Tulip. Ich muss zum Ministerium zurückkehren. Es ist an der Zeit, Madame Umbridge einen Streich zu spielen und herauszufinden, was sie verheimlicht. Oh je, oh je, Leute. Ich glaube, ich bin aber auch sehr froh gerade, dass ich diese Aufgabe noch dazu gemacht habe, weil das bedeutet, nächste Folge wird uns auf jeden Fall dieser Streich in Madame Umbridge's Büro erwarten. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen tricky werden könnte und dass das vielleicht auch nicht ganz so einfach zu bewältigen ist. Aber, ob ich da recht behalte, werden wir dann nächste Folge sehen. Äh, ins Büro 34B gehen oder das suchen, ja, wie auch immer. Madame Umbridge ist in einer Besprechung. Ich sage dir Bescheid, wenn sie fertig ist. Alles klar, Ben. Ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Hogwarts Mystery am Mittwoch um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und verabschiede mich mit einem schönen Tag euch allen. Tschüss!